Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die nächste Fragerunde steht uns bevor, doch jetzt geht es erst einmal zur Ernennung des Formel 1 Fans der Woche. Das ist dieses Mal der Martin Alex 92. Er hat mir folgendes zukommen lassen. Eine reine Mercedes-Sammlung von T-Shirts, ein Holzbrett mit Mercedes-Stern, von dem ich nicht genau weiß, was das überhaupt ist, und eine künstlerische Zeichnung von Lewis Hamilton plus einen Rennsitz. Danke schön für die Bilder und wenn du auch mal Formel 1 Fan der Woche bei mir werden möchtest, dann steck mir mindestens drei hochauflösende Bilder von deiner Formel 1 Sammlung auf meinem Discord, einen kleinen Text dazu als Privatnachricht, warum du Formel 1 Fan bist und was du da für eine Sammlung hast. Link oben in der Videobeschreibung. Bevor ich die zehn Fragen beantworte, wollte ich kurz anmerken, dass über 50% meiner Zuschauer keine Abonnenten sind. Von daher habe ich eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Frage 1 kommt vom Brawl Stars Player Michi. Das wäre ein echt geiles Feature, um das Ganze noch mehr an die Realität anzulehnen. Mal sehen, ob Codemasters das einbaut. Dankeschön für das Kompliment. Frage 2 kommt von Lirox. Hashtag fragt Mike. Warum legt die Formel 1 die Rennen nicht so, dass die jeweiligen Entfernungen von Strecke zu Strecke so kurz wie möglich sind? Ich meine, die Formel 1 will ja sowieso schon klimaneutral werden und das wäre doch ein guter Anfang, oder? An sich gebe ich dir recht, aber man hat bewusst diese Termine so gelegt, um den, naja, ich sag mal, besten Zeitpunkt zu erwischen. Würde man von Australien über Asien und Europa bis hin nach Süd- bzw. Nordamerika reisen, also quasi von rechts nach links auf der Weltkarte, würde man Kanada sozusagen zum Schluss, also im November fahren. Und in Montreal herrschte im November eine Temperatur von etwa 4 Grad Celsius am Tag. Also für ein Grand Prix-Rennen überhaupt nicht angemessen. Von daher ist der derzeitige Rennplan so ausgewählt. Frage 3 kommt von Yannick FC. Hashtag fragt Mike. Wie funktionieren die vier Crash-Tests? Zweitens. Da der China Grand Prix jetzt doch dieses Jahr aufgrund des Coronavirus ausfällt, wollte ich dich jetzt fragen, ob die Rennstrecke auch dieses Jahr aus F1 2020 verschwendet, also aus dem Spiel, das in ein paar Monaten rauskommt. Zu deiner ersten Frage. Es gibt fünf dynamische Tests. Die zwei Frontaufpralle, ein Seitenaufprall, ein Heckaufprall und ein Lenksäulenaufprall, sowie eine Reihe von statischen Tests beinhalten, wo massive Kräfte bei einem Hochgeschwindigkeitscrash auftreten. Beim Frontdynamik-Test wird das Chassis auf einem Wagen montiert und gegen eine feste Wand abgefeuert. Für die Seiten- und Heck-Tests wird ein schwerer Wagen mit Gewalt in das Chassis gefahren und ein Crash-Test-Dummy wird ebenfalls verwendet, um zu messen, was mit einem Fahrer in extremer Verzögerung passiert. Die Brust des Dummies darf 60G für nicht mehr als 3 Millisekunden überschreiten. Die Seite des Cockpits ist ebenfalls einer 30-Tonnen-Last ausgesetzt, die ohne Anzeichen eines strukturellen Versagens standhalten muss. Zu deiner zweiten Frage. Am Mittwoch wurde bestätigt, dass der China Grand Prix offiziell verschoben wird. Sollte er überhaupt gar nicht stattfinden, kannst du mal davon ausgehen, dass er nicht im neuen Game enthalten sein wird. Genauso wie bei Rhein2011. Frage 4 kommt von Bryce. Hashtag fragt Mike. Bekommen die Veranstalter des China Grand Prix das Geld bei einem Ausfall des Rennens zurück? Davon gehe ich mal aus. Immerhin hat China eine hohe Antrittsgage im siebenstelligen Bereich an Liberty Media überwiesen und sie werden wohl meiner Meinung nach ihr Geld zurückbekommen, falls der Grand Prix überhaupt nicht stattfinden wird. Falls ich falsch liege, könnt ihr das gerne in den Kommentaren korrigieren. Frage 5 kommt von Alex Roh. Hashtag fragt Mike. Latifis Vater hat ja 30 Millionen Euro für den Platz seines Sohnes bei Williams bezahlt. Sind solche Zahlungen für einen Fahrerplatz normal oder sogar Standard? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber früher zu Niki Lauders Zeiten hat er nur 2 Millionen österreichische Schilling an Ferrari überwiesen, um dort ein Cockpit zu bekommen. Natürlich ändern sich die Preise nach und nach, aber ich würde mal sagen, dass das wohl meiner Meinung nach ein bisschen viel ist. Frage 6 kommt von Laser Jojo. Hashtag fragt Mike. Was passiert mit den Reifen, die bei dem Autolaunch verwendet werden? Werden die auf der Art und Weise entsorgt, wie du es mal erklärt hast, oder werden die noch benutzt? Diese Reifen sind spezielle Showreifen, die nur für diesen Zweck verwendet werden. Für Tests oder gar Rennen sind sie nicht vorgesehen. Mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen. Frage 7 kommt von Blakey Schrett. Hashtag fragt Mike. Wird der oder sollte der Monaco Grand Prix verkürzt werden, wie in der Formel E? Das kann ich mir nicht vorstellen, da er ohnehin nur 3,34 Kilometer lang ist. Würde man die Formel E-Strecke von Monaco nehmen, hätte die 4 etwas dagegen, da sie nicht mindestens 3.500 Meter lang ist. Frage 8 kommt von Ruben Penner. Hashtag fragt Mike. Erstens. Welcher Formel 1-Bolide war deiner Meinung nach der schönste? Zweitens. Hast du vor, deinen eigenen Merch rauszubringen? Erst einmal, ich bin überrascht, dass 24 Daumen nach oben gegeben wurden, aber okay. Also der SF90 gehört schon zu meinen Favoriten, aber auch der neue Haas ist eine echte Schönheit, der schon fast Porsche ähnelt. Was dem Merch angeht, kann ich mir das erst so ab 10.000 Abonnenten vorstellen. Die Frage ist doch, was soll es für Merch sein? Und was soll da drauf? Mein Logo oder ein Spruch von mir? Schreibt mal eure Wünsche in die Kommentare. Frage 9 kommt von Geisterbursche. Hashtag fragt Mike. Dankeschön fürs Kompliment. Auf den Schildern wird der Abstand zwischen den Vordermann bzw. Hintermann sowie die Rundenzeiten angezeigt. Außerdem die Platzierung und der jeweilige Fahrer. Frage 10 kommt von Direktion Hilfepraxis. Hashtag fragt Mike. Was passiert eigentlich, wenn ein Fahrer, der unter dem Alkohol-Trink-Mindestalter liegt, auf dem Podium landet? Kriegt der Fahrer dann trotzdem normalen Champagner oder doch etwas anderes, zum Beispiel alkoholfreien Champagner? Das hängt mit den Gesetzen der jeweiligen Länder zusammen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er dann kein Champagner trinken darf. In den USA darf man zum Beispiel erst ab 21 Jahren Alkohol trinken, von daher ist es da nicht erlaubt. Aber bisher gab es, soweit ich weiß, so einen Fall noch nicht. So Community, ihr seid wieder an der Reihe. Bombardiert mich wieder mit Fragen für das nächste FAQ am übernächsten Samstag. Vergesst das Hashtag fragt Mike nicht und überprüft das Fragen-Dokument in der Videobeschreibung. Das war's mit der Fragerunde für diese Folge. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.